Die Bizeps-Übung SZ-Curls im Stehen. Auch hier wieder zu viel Gewichtsbelastung, zu hohe Schwungbelastung, mit viel zu viel Rückenschwung ausgeführt, das Ganze ohne Zielmuskelfokus. Dazu noch oftmals in einem viel zu kurzen Bewegungsablauf, nicht über das gesamte Range of Motion, ganz wichtig, richtig ausgeführt. Unten kurz anhalten, in den Zielmuskel einarbeiten, nach oben, höchster Spannungspunkt, Bizeps kurz anhalten, wieder nach unten. Und das Ganze alles bitte ohne Rückenschwung und ohne Umkehrschwung ausführen.